Oh, er hat einen, oh, einen Raven ohne Beins, oh Gott. Jesus Christ, Jesus. Verdammt. Wirst du mal bitte offen hinter mir rumzufurzen? Das ist ja schrecklich. Ey, guck mal, ich hab, ich häng fest. Ich kann mich nicht nach hinten umdrehen, das ist scheiße. Boah, Rindel, du fetzes Vieh. Du bist ehrlich. Kannst du mal aufhören? Locken. Ich muss nicht mehr laufen. Ich legge. Verdammt. Du legst gerade vor dir her. Scheiße, ich jetzt. Oh, Gott. Was macht ihr da hinter mir? Ich komme nicht weg, ich legge. Ich werde mal zurückgesetzt. Vielleicht stelle ich gerade auf dir drauf. Du bist ein Sack-Sniper. Das ist auch ein Arctic Cheater. Ja. Ich habe ihn in der Luft getroffen. Jawohl. Lock aber mit. Nimm dir am Target. Boah, Alter. Oh. 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 Merk schon. Oh, mein Hitler ist Kritiker. Ich glaube, ich töte mich. Einzelt. Nimm das gescheitene Punkt raus. Schön. Jawohl. Oh, mein Gott. Ich werde das zwei Leid hier rumwenden, wo ich mich nicht bewegen kann. Wieso kannst du mich nicht bewegen? Da, da. Der Locust. Lied raus. Oh, scheiße. Du bist du am Arsch. Du bist du am Arsch. Ach, Quatsch. MSC macht das jetzt. Nein. Du. Du. Boah, MSC macht das. Mach das. Ich befehle es dir zu tun. Du verdammt. Nein. 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 Es war aber schön, wie du mir hin und her geguckt hast, mehr oder weniger. Du hast aber mehr gerüstet, als die meisten, die sich bewegt haben. Ja. Die haben auch nur auf ihn geachtet. Richtung Charlie. Komm, lass mich vor jetzt hier. Was ist denn mich? Ja, das ist Foxtrot. Und Raun? Foxtrot down. Er ist am gleichen Timber, Charlie. So, ich glaube, da läuft einer von hinten rum. Geschütztürme, Leute. Los. So, weiter jetzt raus hier und auf die Turret. Passier mal auf den hintersten, darf man ballern, oder wie? Ja, genau. Ähm. Bleib ich denn hier mal in der Ecke? Ja, ja. Was so gut ist, mach denn dir? Was so krass getroffen ist? Ganz professionell, meine Herren. Ganz professionell. Ey, was soll ich denn? Ey, ey, ey. Ey, warum krieg ich hier alles ab? Oh, ich bin ja ganz linke, verdammte Scheiße. Ich bin jetzt etwas verwirrt, die, die angreifen, sich den Mac aussuchen, auf den zu ballern. Ne, auch den ganz linke. Ne, wenn man die sagt, auch wenn du... Was machst du denn? Ja, ist die doch. Es bleibt der Fernlinge, jeder bleibt der Fernlinge, jeder bleibt der Fernlinge, oder auf den Dach von Ballern. Autsch. Sehr schön. Ich glaube, ich muss mal steuern über mir. Irgendwie... Es ist jedermal hängen geblieben, glaube ich. Das ist auch echt eine saublöde Ecke. Ja, es ist eine ganz große... So nennt man die Map kennen. ...Pilotenherausforderung. Ja, will ich... Oh, da marschiert Genshi-Fie. Vor allem den Aschers. Aschers. Das sind unsere Leute! Wieso schießt du auf unsere Leute? Das war ein Gegner, da war ein Gegner... ...der neben... Nein! Doch, doch. Ja, Tatsache, Small Acer, Small Full Acer. Oh Gott, die Besteunigung! Die Besteunigung! Das sind wirklich 3 kmh pro Sekunde, die ich besteunige, ne? Ich brauche 10 Sekunden, um die Maximalgeschwindigkeit zu erreichen. Unglaublich, obwohl ich mich halt Torso twiste und alles Mögliche kriege ich halt heute ein volles im Torso. Also, du weißt, du weißt, was ich meine, denke ich. Und... Und... Wir sind seit 35 Sekunden im Spiel und zwei Leute... Einer hat den anderen gekillt und hat danach Sorry geschrieben. Er hat ihn einmal angeschossen und er ist explodiert. Ich meine nämlich, dass der, zumindest laut Sana so, dass der eine Weiterentwicklung von den Kapelanern ist, der noch weniger Panzerung hat. Als, äh... Als, äh... Ich... Ich hab was getötet. Das ist unglaublich schön. Ich hab zwei Kills gemacht. Ich hab keine Waffen mehr. Ich bin tot. Gut. Ja. Jangan lupa.